einen wunderschönen guten tag und willkommen zu einem neuen projekt das geklaut wurde von freischnauz xxl pressekonferenz kein plan oder ganz kurz pk kp mit dabei ist der hannes hallo der phantom und der random so wir werden gleich den zufalls generator laufen lassen einer von uns wird der interviewte sein die anderen drei sind pressevertreter die werden dann den interviewten zu einer pressekonferenz einladen wo er eben sein thema präsentiert der kniff dahinter ist dass der interviewte nicht weiß was das pressekonferenz thema eigentlich ist weswegen er sie eingerufen hat und da müssen die drei pressevertreter versuchen ihn durch gezielte fragen ein bisschen in die richtung zu lenken und der interviewte muss eben das thema erraten ich denke es klingt ganz einfach wir werden es wahrscheinlich nicht hinbekommen wir haben es vor langer zeit schon mal getestet und es ging eigentlich relativ mit die hose und nun erst mal schauen wer überhaupt der interviewte sein wird und der erste interviewte ist random der beginnt nun hannes phantom und ich werde ihm die entsprechenden frage stellen und viel spaß bei pressekonferenz kp kein plan ja wunderschön wunderschönen guten tag ich freue mich dass das jetzt geklappt hat aber für ein thema was mir wirklich am herzen liegt schon seit langer zeit und ich freue mich auf eure fragen ja also wie war dieses erlebnis emotional für sie prägend auf jeden fall es hat mich mein restliches leben lang geprägt war das denn ihr plan das zu erreichen oder war das reines zufallsprodukt an sich so dass ich grob die richtung schon im kopf hatte klar eigentlich schon seit der kindheit aber dass es dann so genau so passiert ist das war dann doch eher spontan wie ist das gefühl wenn man so einen auch großen durchbruch auf einmal bekommen wie fühlen sie sich dabei sehr euphorisch vor allem also das ist ja das passiert ja normalerweise nicht von heute auf morgen und dann ist es bei mir doch von eben heute auf morgen passiert meine es ist so ein durchbruch für die menschheit also das ist was wirklich einzigartig ist sie müssen nicht so bescheiden sein sie sind wirklich der erste global der dies erreicht hat dem dies geschehen ist es gibt ja viele die zum ersten mal irgendwas erreichen mein gott für mich ist es nicht so nicht so viel sagen wie für sie wahrscheinlich wie gehen sie denn mit den menschen um die behaupten dass sie schon früher diesen erfolg verbuchen konnten ja ich glaube nicht dass das schon schon mal passiert ist nehmen ich schreibe ja für das galaxy und science magazine ich frage mich besonders für meine leser war dass das was sie wollten das habe ich ja vorhin schon eigentlich beantwortet also die frage ist spezifisch also war das ihr lebenstraum oder zuvor wie gesagt habe ich vorhin wirklich schon beantwortet ich habe gesagt so grob also mir war klar dass ich sowas in die richtung unbedingt machen will aber dass es genau so passiert ist war dann halt wie gesagt ganz spontan nun wie genau verlief denn dieses ereignis war es nur ein gespräch oder kam es zu einem engeren kontakt wo als es wurde schon davor sehr lange im gespräch gehalten und dann kam es auch zu einem engeren kontakt doch haben sie schon einen namen für ihre entdeckung ich nenne es weltraum 2 wurden denn ihre erwartungen übertroffen oder wurden sie wenigstens irgendwie bestätigt bestätigt auf jeden fall also alle die erwartungen die man schon seit vielen jahren in der menschheit und von den menschen hat über eben ihre entdeckung dass die halt wirklich so wahr sind alle bis aufs äußerlichste detail ja was soll ich da kurz zu sagen ich meine es war schon länger ein großes thema und ich bin mir sicher viele haben da mehr von erwartet aber in meinen augen wurde es genauso erreicht wie es eben geplant war gerade religiöse fanatiker behaupten ja dass sie ein absoluter lübner werden das was sie entdeckt haben gar nicht wahr sein kann da sagen sie dazu das ist quatsch also denken sie die ganzen religiösen fanatiker behaupten dass sie die wahrheit sagen dass das dass sie so sagen dass wie kann man das am besten fragen also haben sie konkrete beweise dass das was sie sagen stimmt ja ich meine ich hatte eine eingebung und ich meine es ist nicht der erste pack eine eingebung haben hier geht es immer noch um die wissenschaft ich möchte hier kann nichts von eingebung ist haben sie klare beweisen nun ja das stimmt aber die muss ich jetzt ja nicht so vorzeigen oder das wird schon dass wenn dann schon die wissenschaftler eben hinterfragen aber die frage ist ja sind es denn mehrere rassen oder ist es alles einheitlich oder sind sehr viele verschiedene rassen wir haben wie auf der erde eine große vielfalt haben wir dort eben auch ganz ganz viele verschiedene wesen und herrschen leben die alle in frieden oder sind die im konflikt zueinander ich weiß ja nicht ob sie es mitbekommen haben aber wir schaffen es nicht bei einer rasse frieden zu bewahren und ich glaube da könnte sich die antwort denken wie das auf dem planet mit vielen intelligenten rassen ist müssen wir denn befürchten dass diese konflikte auch auf uns übertragen werden könnten oder gegen uns gerichtet sein könnten wir haben den vorteil wir sind technologisch weiter als diese diese rassen das heißt wenn irgendwas geplant ist werden wir das mitbekommen kommen wir noch mal zum ursprung dieser presskonferenz zurück was haben sie jetzt eigentlich überhaupt geschafft ich habe leben im universum gefunden ich dachte es wäre ihnen klar jawohl sehr gut was der erste mensch der kontakt mit einem alien hat damit aliens hatte ich finde das lief überraschend gut und dementsprechend können wir noch eine zweite interviewrunde eine zweite pressekonferenz hinterher schieben das heißt wir machen wieder einen kurzen cut wird ausgelost und dann geht es weiter wieso genau haben sie denn diese meinung wieso sind sie denn wieso denken sie warum hoffen sie dass das geschehen wird also ich habe lang überlegt ich bin ein experte auf diesem gebiet und ich habe mich einfach hingesetzt jahrelang gesagt ich saß da schon wirklich lang dran und im endeffekt haben meine ergebnisse alles das gesagt das muss so sein das ist meine meine jeder der was anderes behauptet der hat keine ahnung sagen sie zu den vielen leuten die regelrecht empört von ihrer aussage sind die denken so was solche leute gehören fast weggeschwert ich würde es nicht so weit gehen ich meine jeder dass seine meinung haben die einzelne dümmer die andere über so wie ich ja aber sie werden doch sicherlich sehr viel gegenwind gerade von peter bekommen oder nicht ja gegenwind bekommt man immer von allem da kannst du sagen was du willst heutzutage also wir sind in einem jahrzehnt da kannst du sagen was du willst es gibt immer jemand der sich angegriffen fühlt nee also ich finde man muss da auch ganz neue präferenzen ziehen aber ich finde das ist schon thema wo gegenspruch schon auch ernst genommen werden sollte und wo man vielleicht auch grad dem tierwohl zuliebe vielleicht doch noch mal drüber nachdenken sollte was sagen sie dazu nein absolut nicht wir sind die einzige tierart die überlegen ist wir sind nicht umsonst die stärksten warum sollte das nicht auslösen ist es denn weil sie schwarz weiß mögen oder woran liegt das dass sie diese these verfolgen ja also farben finde ich gar nicht in ordnung schwarz weiß ist da einfach das beste was anderes ist alles für mich abfall aber ist es dann so eine generelle einstellung von ihnen dass sie generell tiere grad vielleicht als kleidungsstücke schon gut finden oder ist es einfach in genau dieser situation spezifisch nein das ist absolut nicht situation spezifisch ich meine tiere sehen hübsch aus und sie zu tragen ist da das beste was man machen kann sie sind bequem sie sehen gut aus sie nützen uns ich sehe da keinen nachteil kann es sein dass sie diese diese meinung entwickelt haben als sie eben als kind irgendwie filme gesehen haben oder hat das gar nichts mit den medien an sich zu tun also das ist schwierige frage ich finde ich finde ja dass ich recht habe da bin ich nicht dass ich das irgendwie entwickelt hat egal ob es eine artige ansicht tiere so zu behandeln und diesen pelz so zu nutzen nee das hat nichts mit wenig zu tun das ist einfach die klügste entscheidung die man treffelt ja aber müssen es gleich so viele tiere für einen einzigen anzug seine für einen mantel umso mehr umso besser würde ich da sagen denn wie bereits erwähnt die tiere sind ja nicht umsonst schwächer und es ist wichtig mittel zu tragen denn die die halten warm und besonders durch diese tiere schützen die einen auch aber für so einen mantel reichen doch auch 34 tiere da braucht man auch keine 100 oder mehr nach versuch uns jetzt mal mit 34 hinzubekommen also 100 oder mehr ist da schon besser nicht jedes tier ist ja geeignet dafür ist beim ersten umgebracht habe denn es sind ja ganz kleine tiere auch die sind flink und schnell und da kann schnell was an der haut an dem pelz kaputt gehen ja aber trotzdem gehören sie ja zu den beliebtesten haustieren auf der welt also gerade auch in deutschland gehören sie immer zu den beliebtesten naja also katzen finde ich jetzt nicht wirklich beliebt ja ich meine hunde sind natürlich auch erhasen sind natürlich alles nutzlose tiere was was haben sie denn von dem hasen ja aber es geht ja auch nicht um hasen es geht ja schon ja noch um ihn habe ich da gesagt eben geht immer um den besten freund des menschen und sie ja der beste freund des menschen ist bisher ein verrät als geguckt ich meine der beste freund ist am schluss immer der der gebracht hat da bin ich lieber vorgewappnet deswegen mache ich ja auch offiziell mantel aus hunde haut was sie übeln das auch im echten leben aus ich dachte es wäre nur eine meinung von ihnen diese vertreten nein also ich finde dass jeder mensch sollte einen mantel aus hunde haut haben und ich mache das auch im privaten ich verkaufe die ich verkaufe gerne diese mantel und damit macht man gut gewinnen aber mit dieser aussage haben sie viele vielen vielen fans der serie auf den fuß gedreht ja aber 101 teil martina ist jetzt auch keine gute serie als ich meine jetzt um hunde und hunde sind verräter deswegen habe ich die meinung dass die alle sterben sollten das ist schon ein bisschen sehr hart ausgedrückt und ich jetzt sagen sind sie vielleicht auch wegen des neuen emma stones films jetzt bereit diese meinung offen kund zu tun der durchaus gute kritiken erhalten hat die bereits schon erwähnt nur weil da jetzt dieser film rauskommt hat es nichts damit zu tun dass ich finde dass das gruella da schon auf alle fälle recht hat gesagt diese tiere sind sind böse ich denke das können wir gelten lassen oder war nah dran ganz kurz zusammengefasst ja also hannes hofft dass gruella de will die 101 teil martina fängt es wurde bei ihm ein bisschen ausufernd sein sein ziel war das lassen wir einfach mal so stehen ich hoffe ihr hattet spaß beim nächsten mal dabei wenn es weitergeht mit pressekonferenz kein plan oder pkkp und eure meinung ist mir wichtig wenn ihr ideen habt für mögliche themen könnt ihr die mir auch zukommen lassen die kann natürlich nicht ich dann beantworten weil ich wisst ja denn eventuell themen da müssen wir schauen wir das umsetzen können ansonsten euch noch einen schönen tag danke fürs einschalten und auf wiedersehen